Apotheke ist ja meistens, ja, dann, und dann nehmen sie das dreimal oder so, das ist ja viel in der Apotheke, also da ist ja wirklich einfach, da geht ihr einfach über den Ladentisch, Hauptsache, es schmeckt gut. Und Nasenspray nicht länger als sieben Tage. Das, da sind die Serien der eher. Das sagen sie immer, ja, das scheint ihr Ding zu sein. Ich würde ganz kurz, wirklich interessant, in Nasenspray nehme ich immer bloß so ganz kurze Schübe, das heißt sieben Tage drückt doch dort keiner nonstop drauf, oder? Kommt auch drauf an, was in dieser Pulle drin ist.